Vorsicht am Gleis 7, ein Zug fehlt durch. Ich wiederhole, Vorsicht am Gleis 7, ein Zug fehlt durch. Information zu RE1 nach Brandenburg Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 11.30 Uhr, heute von Gleis 3. Ich wiederhole, RE1 nach Brandenburg Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 11.30 Uhr, heute von Gleis 3. Untertitelung des ZDF, 2020